Bei Sturm der Liebe begeben sich Nicole und Michael auf die Suche nach den verschwundenen Alpakas. Dabei streiten sich die beiden erneut über Nicoles seltsames Verhalten. Als Michael daraufhin auf Theo trifft, gesteht dieser ihm voller Reue, dass er Nicole ein Medikament untergejubelt hat. Michael begreift endlich, dass er bei seiner Traumfrau nichts zu befürchten hat und die beiden versöhnen sich. Es kommt sogar zu einem Kuss. Zur selben Zeit freut sich Greta auf einen renommierten Workshop, zu dem sie eingeladen wurde. Dass sie sich lieber darum kümmert, als um das Hochzeitsmenü von Eleni, stößt Alexandra sauer auf. Bei einem Gespräch der beiden Frauen kommt es zu einem Missverständnis, woraufhin Greta überreagiert. Was passiert, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Dienstag um 15.10 Uhr in der ARD. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.